Spaß macht es auch immer, wenn der Felix bei uns im Studio ist. Das war es schon. Wo ist eigentlich der Rainer? Sag einmal. Du bist wunderbar, aber wo ist der Rainer? Der Rainer hat gesagt, wenn der Felix kommt, dann kommt er nicht. Nein, der ist leider tatsächlich erkrankt. Ich habe die große Freude, ihn hier heute vertreten zu dürfen. Deswegen, lieber Rainer, wo ist die Kamera? Lieber Rainer, mein Schatzi-Putzi, gute Besserung. Ich wünsche dir alles gut. Wenn du was brauchst, ruf mich an. Du weißt, ich bring dir ein bisschen einen Ingwertee vorbei mit Zitrone und so weiter. Das schaffen wir alles. Also alles Gute auf diesem Weg.